Lang, lang ist es her. Doch ja, erlebt noch und damit herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 in einer neuen Mod-Vorstellung. Und zwar geht es heute um eine sehr praktische Mod für alle, die gerne sich erweitern möchten, die ein bisschen Gebiete erobern möchten und das ein bisschen negativ sehen, dass man nicht so viele Gebiete auf einmal fordern kann, wie man gerne möchte, auch wenn man die Ansprüche darauf hat. Und da gibt es netterweise eine praktische Mod, die das Ganze umgeht. Ist auch gar nicht so unrealistisch, ist auch kein Schieten, wie ich finde. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und natürlich wie immer, wenn es euch gefällt, dürft ihr gerne bewerten und neue Zuschauer natürlich auch gerne abonnieren für mehr Strategie-Content jeglicher Sorte. Crusader Kings 3 ist ja darauf ausgelegt, dass man quasi einen kleinen Politik-Simulator hat, wo man sein Reich verwaltet und nebenbei ein bisschen Krieg führt. Wobei Krieg führen eigentlich aktuell in Crusader Kings 3 das Einzige ist, was halt mehr Laune hält. Und da ist es dann doch hin und wieder etwas nervig, wenn man dann vor allem so ab dem 10. oder 11. Jahrhundert schon ein relativ großes Reich hat, aber sich nicht mehr wirklich ausbreiten kann. Zum Beispiel als feudales Reich ist das sehr, sehr beständig, da man als Stamm ja noch teilweise relativ gute Kriegsgründe kriegt, je nach Religion. Aber wenn zum Beispiel ein katholisches Reich ist und es sind alles andere auch schon katholische Nationen gefühlt, dann hat man natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich auszubreiten. Und da bleiben dann eigentlich eigentlich wirklich nur noch Claims. Klar, im Laufe des Spiels gibt es dann die Möglichkeit, Multiple Claims zu erforschen. Da kann man mehrere Ansprüche auf einmal haben, aber das gibt dann erst etwas später im Spiel das Ganze. Und naja, ich hätte das Ganze halt auch schon gerne etwas früher. Was die Mod jetzt also macht ist, ermöglicht uns die Forschung, die es uns ermöglicht mehrere Claims auf einmal zu fordern, bereits von Anfang an zu nutzen. Das heißt, wir können diese Multiple Claims bereits von Beginn des Spiels an nutzen. Und wie ich ganz persönlich finde, das ist eine ungeheuer praktische Mod, weil ich finde es ein bisschen blöd, dass man erst irgendwann am Ende des Spiels irgendwas fordern kann. Gab es ja damals jetzt auch nicht so wirklich. Da hat man auch mal sich ein größeres Stückchen Land geholt und hat längere Kampagnen gemacht, um sich mehrere Gebiete auf einmal einzuverleiben, auch schon vor der Zeit, in der wir jetzt hier spielen. Und da finde ich es jetzt ein bisschen blöd, dass man sich da mit Claims nur so kleinere Gebiete holen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hergehen und wir sagen, wir möchten Luxatia den Krieg erklären, seht ihr dann auch gleich, was die Mod macht. Wir können hier zum Beispiel auch die Claims von jemand anderem auswählen, zum Beispiel von Malik Peda hier mal. Und der hat Claims auf diese ganzen Regionen. Wichtig ist auch dabei natürlich, dass diese ganzen Objektives natürlich auch eure Kosten beeinflusst. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir möchten das Herzogtum nicht, sondern nur einzelne Counties, können wir das natürlich auch auswählen. Das macht es etwas billiger von den Kriegskosten her, aber das macht sich eigentlich gar keinen Sinn, kann ich gleich alles fordern. Und wenn ihr alles fordert, braucht ihr die kleinen Dinge nicht fordern. Dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, müsst ihr aber so im Spiel natürlich auch. Aber es ermöglicht euch quasi von Anfang an, von 867 anfangend, alle eure Claims durchzusetzen. Eure, die eurer Vasallen, die eurer Anspruchsteller, die irgendwelche Ansprüche haben, können da quasi hergehen und können von Anfang an quasi expandieren. Naja, nicht bis der Arzt kommt, aber bis der Sensenmann vorbeischaut. Ihr wisst, was ich meine. Eine relativ praktische Mod, wie ich finde. Könnt euch alle mal draufschmeißen, wenn ihr da Bock habt. Mehr Krieg zu führen von Anfang an und dann auch gerne etwas größer zu werden. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Spiel. Wenn ihr noch eigene Mods haben, kennen solltet, die ich mir mal vorstellen soll, dann immer gerne habt ihr mit in den Kommentaren. Der Link übrigens zu dieser Mod natürlich auch in der Videobeschreibung. Wie immer, ihr kennt mich. Und das war es auch für heute. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.